Hallo, liebe Deutschlernende! In diesem Video rezensiere ich den Podcast Centropic Oracle, der von einer Deutschlernerin und Zuschauerin erstellt wird. Ja, ich bin hier noch auf der Seite Authentic German Learning Podcast in iTunes und ich bin hier unter Store und hier Podcast. Ja, also das ist ganz wichtig, Podcast, Store. Und dann gebe ich hier den Namen des Podcasts ein. Ich suche nach Centropic Oracle und finde ihn auch bald. So, hier ist der Podcast, hier sind Folgen und hier ist der Podcast. Ich klicke natürlich auf Podcast und dann gelange ich zur Seite des Podcasts und klicke hier auf Abonnieren und hier auf Bewertungen und Rezensionen. In Deutschland hat dieser Podcast leider noch keine Rezension. Ich werde der Erste sein. So, zum Bewerten klicken, ist toll! Fünf Sterne! Und das Motto von diesem Podcast ist übrigens Stories that make you think and feel. Also schreibe ich mal They really do make you think and feel. I've been enjoying this Podcast for a while now. For a couple of months now. And I am looking forward to listening to every episode. Because the stories really do make me think and feel, as is the motto of the show. They feature many thoughtful and well-written short stories. Each small universe. Even after I have listened to some of the stories, they stay in my head. And I wonder about the world that was in. And I think about anything about the world that was introduced in a short story. All in all, I think it's a great show and I can highly recommend it. So, senden. Boom. Und wie du siehst, du erhältst gar keine Bestätigung. Ja, hier steht nichts. Hey, du hast es geschafft, du hast bewertet. Nein, gar nichts. Hier steht, okay, vielen Dank. Aber wenn man eine Rezension schreibt, dann sieht man… Ah, hier steht, du hast am 26.11. eine Rezension zu diesem Podcast geschrieben. Na gut, genau. So, das ist meine Rezension von Dissentropic Oracle. Hör, hör mal rein. Es sind echt sehr bewegende und gedankenanregende Geschichten, ja, Kurzgeschichten. Und warum habe ich das nicht einfach still und heimlich gemacht? Warum habe ich das gefilmt? Ja, warum veröffentliche ich dieses Video auf YouTube? Nun, ich hoffe, dass du dazu inspiriert wirst, auch meinen Podcast zu rezensieren. Das wäre echt ganz toll. Und ja, ich kenne das, wie es ist, wenn man gebeten wird, einen Podcast zu rezensieren. Wenn man es aber nicht tut, weil man einfach zu faul ist. Deswegen, ja, lass uns Schluss machen mit der Faulheit und lass uns Podcast rezensieren. Ja, wie gesagt, hier ist eine Anleitung, ja, How to write a review. Oder auch wenn du bei jeder Podcast Episode ist auch ein Link, How to review the Podcast. Und wenn du Englisch nicht gut verstehst, dann kannst du auch auf Deutsch oder andersrum dir den Podcast durch, äh, dir die Seiten durchlesen, ja. Ich habe es versucht, so einfach wie möglich zu machen. Ich habe eine Anleitung geschrieben, ja. Es ist alles wirklich detailliert erklärt, ja. Und wenn du trotzdem eine Frage hast, bin ich immer da, okay. Aber diese Anleitung sollte wohl den meisten helfen, selbst wenn die Technik manchmal gegen uns ist. Ja, vielen Dank im Voraus für deine Rezension und wir sehen uns später. Tschüss!